Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 10.2 HD Remaster. Wir befinden uns, wie man uns schwer kennen kann, auf der Insel Bicanel in der Sanubierwüste. Und wir wollen Ausgrabungen machen. Ja, es soll da wohl... Äh, es soll da wohl... Ähm, es soll hier ein, ähm, unbekanntes Objekt geben. Ähm, und, äh, das, das hätt ich gerne. Das hätt ich gerne. Also nicht. Ja, seht ihr dann. Ähm, oh, ich will so, oh, also, komm. Ich weiß gar nicht, ob das klappt. Hä? Hieß hier gar nichts mit Ausgrabungen. Was ist denn? Okay. Ähm. Oh Mann, nur Müll. Hä? Äh. Insgesamt erfolgreich. Muss ich nicht verstehen, oder? Okay. Warum, warum, warum? Was ist denn mit Wüste, Mitte und Ost? Okay. Nehmen wir mal in den Westen. Genau. Geht nicht zu weit weg. Äh, wo sind denn... Da unten ist mal eine Markierung. Wer, wer, wer läuft denn da mit? Ein unbekanntes Objekt nähert sich. Ey, der sammelt meinen Scheiß ein. Was ist mit ihm? Wird der jetzt weiter, während ich hier kämpfe? Äh. Äh. Oh, Ability Wietke. Wietke. Ähm. Okay, das ging jetzt aber schnell. Äh. Äh. Und, ey, die Zeit läuft ja nicht, ne? Ähm. Abilities. Reiko. Reismar. Reorin. Regina. Ne, du. Ach, das kann sie beides schon. Oh, okay, okay, okay. Ja, dann mach mal bitte schnell. Warte. Achso, Anti-Z kann sie... Oh, oh, krass. Reiko ist krass. So, sie lernt Vasca. Hat sie aber auch bald. Und Juna lernt Multisalbe. Vernichtender Schaden. Vernichtender Schaden. Okay. Ähm. Ich bin nicht blind. Ich bin nicht engere Zeit für Kugelfarbe. Mach mal Blindschutz, bitte. Bitte, bitte. Äh, dankeschön. So, warte, was hat Juna ansonsten für ein, für ein Kostüm? Die Diva, ne? Oh. Ja, hier ist ja noch gar nichts passiert. Rikus Zweitkostüm ist... Äh, warte mal. Bei Painless ist der Itemschütze. Bei Riku war es... Warte. Oh, übersinnlich. Ja, stimmt, das wollte ich noch zeigen. Stimmt. Abwehrkomponente S erhalten. Ja, ja, jetzt laber mich nicht zu, die Zeit läuft, Kollege. Zeit ist Geld. Geld habe ich nicht. Weihwasser, okay. Oh, hier muss man sich echt an der Karte orientieren, ne? Sonst, sonst ist man verloren. Gougie, geh weg da. Ich muss die Karte lesen. Ein Monster. Okay. Ein Hinterhalt. Flügelauge im Oversoul. Ich weiß nicht, ob das, was ich hier tue, wichtig ist. Keine Ahnung. Ich bin gerade total planlos und diese Folge gestartet. Ähm. Oh, witzig. Aua. So. Wird schon. So. Achso, das war das Monster. Was ist er denn von mir? Liebe zu mir. Aua. Angram. Was? Ähm. Das. Vieh sieht heftig aus, Alter. Und das macht mir ungemein Angst. Was ist das? Ich habe Angst. Aua. Kann ich das Vieh besiegen? Ich glaube nicht, ne? Oh, oh. Oh, oh. Ich kann auch nur den Topf quasi analysieren. Kann irgendwer... Analyse? Zauberschütze? Aber... Das ist bei uns nicht im Dingens drin ein Scheißen. Was ist das? Und warum kann es jetzt schon auftauchen? Ich würde gerne von dem Vieh klauen, wenn ich ehrlich bin. Mach mal... Mach mal hier... Mach mal hier Stahlschuss. Ja, das ist schon besser. Ach, gut, heilige Scheiße. Oh, Pain verreckt gleich. Äh, einmal bitte... Was? 40? Du Scheiße. Äh, ach nee, das ist noch... Einmal bitte Vitra für alle. Dankeschön. Weil Juni hat... Juni hat noch nichts abbekommen. Kein Aua-Aua mehr. Oh, das war gut. So. So, dann für Pain. Oh, 900. Was hält denn das Vieh aus? Nur so gefragt. Hm. Kann ich diesen Kampf überhaupt gewinnen? Ich könnte nebenbei googeln. Oh. Keine MP mehr. Aber irgendwie greift auch nur die linke Hand an, ne? Oh, das ist irgendwie... Irgendwie... Was ist da? Nice! Oh. Aua. Irgendwie ist diese Folge sehr chaotisch. Oh, 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 warte mal. MP-Absorption. Genis beam. Was? Die Zeit ist bald um. Die Zeit ist bald um. Du bist gut, du bist gut, Alter. Ich bin fast gestorben. 154 Belohnungen erhalten. Okay. Ähm. Ach du Scheiße. Das war... Das war ein bisschen heftig. Ähm. Moment. 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 Ne, speichern will ich tatsächlich noch nicht. Ähm. Ich habe nämlich was... Was ganz ausschlaggebendes vergessen. Ähm. Wo ist das denn? Nein. Dafür muss ich eigentlich... Nicht Kostümpalette. Äh. Mal die wieder fluss. Denn... Riku muss spontan... ...zu Diebin werden können. Ich zeige... ...das Kostüm übersinnlicher noch. Keine... Keine Sorge. Ähm. Aber... Gerade muss Riku dann zur... ...Zu Dingens wechseln können. Ähm. Weil ich glaube, das war besagter Gegner. Also unbekanntes Objekt. Gucken, ob es den auch hier gibt. Wie oft kommt der vor? Geht nicht so weit weg. Okay. Nehmen wir erstmal das Objekt hier unten. Weil es gibt Ging. Oder taucht das einfach random auf? Ja, laber mich nicht zu, Pickett. Pickett? Oh, I actually had a ticket. Please call Pickett and... ...call the police. ...call the police. Nö. Euch will ich nicht. Ähm. Schrapp's mal hier. Schrapp's mal hier. Ähm. 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 Ja, mach mal. Oh, wow, no, hey, guys I actually got a picket, but hey, God I bet lexicon 15, was, mal ebenso, random in der Ausgrabung? Aua Okay Aber weißt du was, wir können ja jetzt was gar, ne? Nutzen wir das doch So, schaffen wir das noch? Komm, bitte Ein Monster Ja, wow Ich nehme mal an, hier kann ich, doch, hier kann ich flüchten? Was ist das denn? Oh, das war dumm Oder? Oh, das war Ne, ne, hat gepasst Okay, ich dachte, ich dachte, da müsste was gar Ja, aber War's schon Ich weiß, ich bin heute voll die dran Drü, 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 drüse? Ne, nicht drüse Aber ist meine erste Zeit Ja, ja, aber, ne, ich bin, ja, das ist aufgestanden Und ich hatte nicht mal nen Kaffee Weil ich keinen mehr da habe So, Belohnung Das ist schön, das ist toll Wie lange soll ich das denn jetzt machen? Ja, eigentlich nach Planen so dreimal, ne? Also dreimal diesen Gegner Feinden Geht nicht so weit weg Ach du Scheiße, was ist hier das? Ah, da ist hier der Typ Ist das eigentlich der ausschlaggebende Punkt? Ein unbekanntes Objekt nähert sich Aha Okay Ist es das, was Was Gemeint ist? Ja, ja Ich dachte, der Albed löst das aus Eventuell So, Wortaka Let's go Wieso dauert eigentlich Rikus Schön Ah, schön Äh, Rikus wehten so lange Also warum Ich meine Sie hat weißen Magi Level Äh, 2 und 3 Also 13 und 50% Also insgesamt 80 Was, was ist denn da los? Was ist da los? Also, ein unbekanntes Objekt nähert sich Okay Das ist schon mal gut. Das ist ausschlaggebend. Aber kommt das random auf mich zu? Ein Monster. Ja, wow. Gründrus! Warum mussten die denn den Gegnern neue Namen geben? Das hielt ich irgendwie... Weiß er nicht. Keine Ahnung. Werde mal stehen! Kollege! Ich muss zurück. Hältest du? Ich kann ihn auch nicht anquatschen oder so. Ähm. Da hinten nähert sich was. Habt ihr das gesehen auf der Karte? Ach so scheiße, jetzt hab ich ihn aus. Now I'm scared. Oder er hält ein bisschen mehr aus. Falls noch zwei Schüsse... Bin ich eigentlich zu leise? Nee, ne? Das rückt mir so. Tatsächlich, da ist ein roter Pfeil. Bei 0,3 Sekunden. Und der Pfeil ist rot. Okay. Jetzt bin ich schon mal schlauer. Ah, nee. Quatsch, 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 Quatsch. Riku, Riku, ganz schnell zur Diebin. Kannst du dir irgendwie hier MP gönnen? Geht das? Magick. So, dann einmal flinke Finger, Superclaw. Stiehlt einem Gegner hundertprozentig Items. Ja, und Juna... Final Elexier! Ähm, das ist sehr gut. Hm, ähm, 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 ähm. Was ist denn... Reduziert die HP eines Gegners um ein Viertel? Wäre auch zu schön gewesen. 53, geh immerhin. So, nochmal Superclaw. Geht das? Oh, bitte sag mir, dass das geht. Gegner besitzt keine Items. Nein! Ey, das bringt mich noch um. Ich krieg's ja eh nicht besiegt, ne? Also von daher würde ich sagen, ciao, ne? Bella. Solange ich meine Items krieg. Was? 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 Final Alexia 2. Wie viel hatte ich denn vorher? Ja, habe ich das jetzt nicht gekriegt? Weil ich geflüchtet bin? Ja, und ich ihn besser? Misslungen. Einmal. Warum? Kein Geld, weil ich nicht rechtzeitig... Ja, ganz ehrlich, scheiße, auf diese 150 Gil. So, also Freunde. Ähm, hat jetzt zwar ein bisschen gedauert, aber ich bin hier tatsächlich richtig und das hat auch soweit alles ganz gut funktioniert. Ähm, hat ja auch nur... Alter, hat ja nur 20 Minuten gedauert. Ja, ich bin heute eine richtige Trantüte. Tüte! Mensch, Trantüte. Ähm, also. Anscheinend befindet sich Angra Manu nur im Westen der Wüste. Und den würde ich auch gezielt ansteuern. So, sagt er jetzt hier von wieder... von wegen was unbekanntes Objekt? Ne, sagt er leider nicht. Das kam vorhin direkt zu Anfang. Abwehrkomponente ist... Ja, schön, okay. Vielleicht würde ich fast behaupten, dass das jetzt ein biiiisschen boring... Ähm... Komm, Riku, greif einfach an. Greif einfach an. Dann machen wir ein bisschen wasker. Und ein bisschen angreifen. Und dann passt das schon. Ich will jetzt nicht schon wieder zu weißen Magieren wechseln. So, was ist nächstes? Dobi, dobi, dum. Eine Hornmünze. Ihhh. Ist da Hornhaut drauf? Boah. Oh, oder... Achso, das ist der Typ. Ich dachte, das Phantommünze. Oh, okay. Ja, ja, Zeit ist bald rum. Komm, 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 mach, schneller. Oh, ein Monster. Schaffe ich es in vier Sekunden zurück? Ich glaube nicht. Let's work, go. Schneller. Oh Gott. Ausgrabung beendet. So, 150 Guild-Belohnungen und ansonsten ein Tritt in den Arsch. Okay, das hat nicht funktioniert. Ich überlege gerade, ob ich das einfach verschnellern sollte. Dann im Nachhinein erkläre, was es damit auf sich hat. Oh, weiß ich nicht. Oder um. Warum nähert sich denn kein unbekanntes Objekt? Sollen das? Das doch doch. Das ist kreativ, also kreativ, was hat es gerade so? Gerade so. Alter, was noch? Was da? Ne, reicht es nicht. So, hier, Typie, erzähl mir mal was hier, sag mal hier, ein unbekanntes Objekt oder so. Habe ich erwähnt, warum ich das eigentlich mache? Ne, habe ich nicht, ne? Die Final Elixiere will ich haben, damit ich die verkaufen kann für teuer Geld. Damit wir Wakas Schulden bezahlen können. Nur um es mal erwähnt zu haben. Ich weiß, kommt früh. Ich weiß, kommt früh. Ein Monster. Da, 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 dee, du, du, du... Ist also... Das war nicht viel Spaß. Was doof ist mit Kopfhörern auf. So, Ausgrabung weg. Das ist jetzt schon die zweite in Folge, wo sich das Ding nicht geblickt hat. Juna, zeig mir bitte nicht deinen Arsch, dafür ist später Zeit. Ich mag deinen Arsch, der ist knackig. Aber, wie gesagt, da ist auch später noch Zeit für. Oder ist der jetzt im Süden? Wenn der einmal im Westen... Ne, 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 wir haben den ja vorhin auch zweimal angetroffen. Vielleicht war das dumm. Äh, da oben. Vor allem müsste ja vorher die Meldung kommen, ne? Von wegen unbekanntes Objekt. Ein Chocobo! Ähm, bin ich blind? Wo ist denn das Gieserkraut? Ah, hier unten. Gieserkraut. Gieserkraut. All right. Schwarzgaaaaa. Grimptost im Obersoul! So, was hab ich dir mit dieser Gieserkraut gegeben? Gibt man es einem Chocobo? Ich probier' mal dieses Parsana-kraut. Wollen wir was jetzt passiert? Verstärkter kräftetank Oh, auch Oh, auch Ich habe dem doch Eines gegeben Den Chocobo gefangen Hä, das Parsanakraut Macht das wieder Hä? Dieses Parsanakraut Neutralisiert den Effekt Des Gieserkrauts Habe ich das richtig verstanden? Hä? Aber warum gibt es Also ich meine Dann hat man halt Einen Chocobo mehr gefangen Ich meine Hä? Wenn man es nicht fangen will Dann wirft man einfach Keinen Gieserkraut Das macht keinen Sinn Das macht Das macht wirklich keinen Sinn Ne, ich will dem Keinen Gieserkraut geben So Das war mein erfrischungsaltiges Softgetränk Entschuldigt bitte Warum nähert sich denn hier Warum nähert sich denn hier kein unbekanntes Objekt Was ist das denn? Ich brauche doch Giel? Hallo? Giel? Hallo? dir mal, ne? Und so. So. Jetzt sieht sich da fast schon eine halbe Stunde dran. Das ist ja traurig. Das ist ja traurig, wie die Zeit vergeht. Wenn man unproduktiv ist. Also wenn man versucht, produktiv zu sein ist, aber nicht ist. Oh, schlimm. Äh, nochmal ab in den Westen. Ab in den Westen! So, wartet. Ich muss mal eben hier... Moment. Oh. Was ist das denn jetzt hier? Hallo? Meine Kopfhörer sitzen nicht. Hilfe! So, geht nicht zu weit weg. Das ist ja direkt hier vorne. So. Warum nähert sich wieder kein unbekanntes Flugobjekt? Äh, Flugobjekt vor allem. Justin, wir haben ein Problem. Unbekanntes Objekt gesichtet. So, eins? Ich weiß nicht. Was sagt der? Muss ich mit dem... Muss ich mit dem talken? Oder... Also ich konnte den nicht anquatschen. So, ich drücke X. Hab ich ihn getroffen? Oh. Mein Gott. Pain ist ja jetzt durch, ne? Mit der Schwarzmagier-Rolle, ne? Oh. Show. Ein Monster. Und warum sind die denn so ungleichmäßig... ATB-technisch? Was soll'n' das? Hey. Meine Kopfhörer sitzen grad' nicht richtig und ich könnt... Ich könnt schon wieder kotzen. Oh nein, das schaff' ich nicht. Toll. Das hab' ich verkackt. Super. So, wie viel Deal haben wir denn? 4.800? Ja, das könnte reichen, Freunde. Wartet mal. Wartet, wartet, wartet. Auf zum Flugschiff! Auf zum Flugschiff! Ah. Hilfe! Meine Kopfhörer. Wartet mal. Oh, oh. Oh! Boah! 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 Was ist denn hier? Das ist die Haarspange... Oder... Kleine... Himmel! So, muss ich, muss ich... Aua! Muss ich gleich fixen. Wo ist mein Ohr? So. Ja, ich weiß. Wieder bestauf-moment. Ich weiß, ich weiß. Quartiere! Auf! Gute Bridge! Ne, Quartiere. Quarters. Quar-quar-quar-back und keine Ahnung was. So. Ähm... Warte, ich muss... Ja, ich brauche dein Geld. Verkaufen. Items. Keine Elixier. Für 5.000 Geld. Genau. Ja, Zheng Yu. 4.000. Also, 14.000. Äh... Ich glaube, ich habe alles, was du... Was du, ne? Das Echo-Kraut. Ne, das Weihwasser. Was ist denn das teuerste? Die High Potions. Äh, 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 äh. Warte mal. Weihwasser 294. 294. Warte, warte, warte. So. Nein, ich will doch... Kann er doch verkaufen. Wo ist denn das Weihwasser? Da... 294. Die Differenz ist leider ganz schön hoch. Aber wir haben ja die 14.000. Und wir verkaufen hier. So. Äh, 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 das sollte passen. So, jetzt haben wir das Weihwasser bei ihm hier verkauft, beim Barkeeper. Wir kaufen bei Oaka ein. Ähm, Weihwasser... Oh, ich muss gar nicht so viel kaufen. Ich habe aber auch nicht mehr Geld. Äh, aber damit sind die Schulden verglichen. Ja, komm. Ich habe zwar dann kein Geld mehr, aber komm. Oh, äh, oh. Now, I can finally go back to me shop. Ja. So long. Thanks for everything. Not exactly a proper thanks now, is it? I think I'll keep doing business here for a bit. Ah, a tremendous discount, of course. Jetzt echt? Welcome to Oaka's. High Potion C50. Okay, krass. Ja, hier, ne? Gib mir mal. Ne? Krass. Okay, das ist heftig. Das ist heftig. Ähm, gut. Hätten wir das auch. Das war nämlich wichtig, das markiere ich mir jetzt noch eben und speicher das Ganze ab. So, hat wenigstens etwas geklappt heute. Auch wenn der Trick eher mühselig war. Muss ich gestehen. So, keine Farbe. Und wieder, wieder. Schwarz. Wie die Säge einiger Menschen auf diesem Planeten. So. Ab, Tute Bridge. Aua, boah, das kitzelt. Meine Haare kitzeln mich. Ah, das ist ganz furchtbare Länge gerade. Ah. Äh, wir speichern, Freunde. Ähm, und dann mache ich an dieser Stelle einen Cut, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Ja, sorry. Bis gleich. So, Freunde. Damit heute noch ein bisschen was passiert, ist es nun endlich soweit. Wir gehen nach Guadosalam. Nach Guadosalami. Auf in die Villa Leblanc. Mit den abgeknöpften Uniformen geht's ab durch die Mitte. Äh, ähm, ab zum Reinschleichen. Holt euch den gestohlenen Sfero zurück. Something happening? Hallo? Soblies Untertanen laufen hier herum und drehen einem Karten für die Show an. Hallo? Wie hat Leblanc ihre Bande auf die Beine gestellt? Boah. Drogen. Wahrscheinlich. Manchmal kommt ein Host hier der jungen Liga zu Leblanc. Die sonst immer lautet, Leblanc ist manchmal seltsam still. Warum? Ich frag mich sowieso, ne, ähm, wie die hier wohnen kann. Also, egal. So. Haben wir uns denn schon in Guadosalam rumgeschaut? Was? In dieses Haus könnt ihr nicht rein. Warum nicht? Die Mädels dort haben, ist auch dieses Haus abgesehen. Die von der jungen Liga sind einfach nur ruppig. Äh, ruppig. Mit denen will ich mich nicht abgeben. Ich habe ich doch schon mal gesehen. Aber wo? Hallo? Yuna, hohes Medium. Sim besiegt. Legende himself. Also herself. Oh, einer ist schlecht. Der Zustand des Abyssums ist instabil. Daher ist der Zugang gesperrt. Nur die Guados könnten das wieder richten. Ja, aber die kommen nicht wieder. Guadosalam ist jetzt Leblanc Salami. Ich hoffe, das funktioniert. Warte, nachdem wir getroffen sind. Okidoki. Let's change. Äh, ja. Mission obtained. Ne, ne, das ist ja abgeschlossen. Äh, wie du mir, so ich dir. Schleiche dich in die Villa Leblanc hinein. Und hol dir den Spheroiden zurück. Ziel, Entdeckung des gestohlenen Spheroiden. Nur die Entdeckung. Nicht, nicht mitnehmen. Nicht zurück klauen. Ok. Hm? Reportieren für Arbeit. Danke. Jungs, Leblanc. Wir sind nicht fertig. Wo ist die Sphäre? Danke, Leblanc. Etwas für Sie, Liebe. Jetzt, ich weiß, woher Vegnagun. Spira ist in für eine ROUGH RIDE. Seid ihr euch. Ja, lieb. Oh, wie lange wir sind? Diese Tage ohne dich sind nicht einfach auf mich, lieb. Oh, oh. Sind sie in einer Rehobenz? Ähm, ich... Geh mir erstmal nach unten. Ist für die Prozente auch besser... Ah, weißt du. Jaja, an den Raum erinnere ich mich natürlich sehr gut, ne. Diese Szene aus dem Theroiden, die war damals einfach heftig. Use your Talents, um zu helfen, um sie zu verschwinden. Ach ja, das Übliche. Haltet euch ran. Was? Wenn's misslingt, wird Fräulein Leblancs Laune in den Keller sinken. Oh, jetzt wird's erotisch. I'm waiting. Vor Ort. Massage für Leblanc. Achte auf Leblancs Reaktion und gebt ihr eine angenehme Massage. Ziel, Leblanc soll zufrieden sein. Massagebedingungen, Stelle wählen. Okay, sammle über 32 Punkte innerhalb von 15 Massagen. Anzahl, 0 von 15, zufrieden 0 von 32, okay. Ah, die goldene Mitte. Ähm. Okay. Ach, ich muss den Stick in die Richtung gedrückt halten. Ich, ich verstehe, okay. Okay, da, da, die Stelle ist... Ja, okay, Madame. Ja, Entschuldigung, das gibt null Punkte. Oh, Orgasmus. Ja, geil. Hm, das Spiel ist halt, irgendwie... Weiß ich nicht. Ja, okay, andere Richtung. Oh. Okay, ich... Hab nur noch fünf Züge. Oh, das war gut. Relativ. Ja. Hm. Not quite. Okay. Au, au, au. Oh, das schaff ich nicht. Scheiße. Ah, okay. Grobi an. Oh, jetzt geht's los. Gut, gut, gut. Ja, again, again, again. Ähm. Ja, wenn's die goldene Mitte schon nicht ist, ne? Au, au, au. Au, au. Ja, mh, mh. Ja, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja. Hm, das ist nice. Okay, ein bisschen Punkte sammeln hier. Ja, 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 okay, okay. Ja, okay, okay. Oh, wow, okay, noch schlimmer hätt's nicht sein können. Wow, wie kann's denn da, wo's gerade eben noch geil war, scheiße sein? Das ist doch alles. Oh, Gott. Was soll das perversen spielen? Okay. Oh, mir fehlt noch ein Punkt. Scheiße, wenn ich jetzt ne Null erwische, schock ich's nicht. Es muss mindestens grün sein, dann hab ich's. Oh, Gott. Okay, ich hab's, ich hab's. Das ist gut. Wann hast du so gut an das? Ähm, ähm, ich, ich weiß nicht. Oh, ja, das ist die Spiegel. Oh, ja, das ist die Spiegel. Oh, ja, da ist die Spiegel. Ja, nicht zuhör. Ähm, ähm. Ähm. Oh, noo-ji-woo-ji, such a manly man, don't you think? He can be blunt, but that makes the occasional smile all the more irresistible. That godly smile. That's the whole reason I became a sphere hunter. Oh, if only there was some Miracle Sphere, something that could make him truly happy, what I wouldn't give. Huh? Ah. 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 She fell asleep. She fell asleep. Oh, I'm that good? Magic hands. The boss fell asleep again. One massage and she's out like a light. We's been waiting for her, too, because she had something important to tell us. We'll just have to keep waiting. In the meantime, you, go make sure the Switch panel is working. Äh, Switch? The back of the living room. The same one as always. Ja, ich dachte schon Nintendo Switch. Okay, ja, Entschuldigung. So, kann ich hier noch irgendwas machen? Ich würde gerne wissen, wie diese Gemächer ausgesehen haben zu Zeiten von Cibor. Aber gut, ich meine, ich will eigentlich nicht wissen, wie der geschlafen hat. Wenn ich ehrlich bin. Also bei ihr interessiert es mich auch nicht, aber... Oh, warte, 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 warte. Sagt der noch was? Hm, seid ihr fertig mit der Massage? Gut gemacht. Guck mal hier, Jizzcoe, Seymour. Auf der anderen Seite. Oder ist das Jizzcoe? Ach, keine Ahnung. Wie die hier auch einfach nicht umdekoriert haben, ne? Oh, das ist das. Huh? That's it? What a letdown. Riku! Whose idea was that? Take it up with the boss. Boss? I've had this thing on too long. Let's change. Irgendwie klang Pain auch gerade nicht nach Pain. Muss ich gestehen, aber gut. Things happen, ne? Things happen. Ähm. Weiter geht's. This is Brother. How's it going? Be quiet. This is a covert operation. Over and out. Ah, Riku! How dare you speak to your leader like that? Oh, shut up already! Huh? Who's there? Ah, the Gullwings! Uh-oh. Easy. You really think so? Let's talk. More fight! Ah, Ormi. Obergilfinale. Aber nee, jetzt geht's los. Ähm. Wollen wir doch mal für ein bisschen Stimmung sorgen. Ach, die halten ja gar nichts aus. Opfer. Ja, that is easy. Ähm. Sehr gut. Ha! Opfer! Ich wollte ihn eigentlich noch beklauen. Easy peasy lemon squeezy. Was? That's it? Nothing happens? Okay. Gut. Bitte. Was sind denn das hier für Gänge? Und warum? Hier sind überall diese Herzen. Und Encounter gibt's ja auch. Ja, okay. Leblancbande halt, ne? Gatling. Gatling Cobra. Okay. Mama, 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 hier Kugelhage. Ähm. Und ein... Nee, das ist zu viel Feuer. Dach. Absolute Kacklappen. So. A safe seer. Also speicherst wir ruhig. Safe seer. Das ist so eine Tür. Das sehen wir doch keinen. Okay. Folge ich jetzt dem Pfeil. Magisch von selbst aufgehende Türen. Kiste! Fehl... Rormon... Nummer 5. W-w-w-w-was? Ähm... Moment. W-w-w-w-w-w-w stehen? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w? Das ist gold. Leblancs geschätztes Parfüm für die erwachsene Frau. HP und MP-Generator. Und das erhöht die... Oh, und das erhöht minimal die Stats. Abwehrgeschick, Magie, Z-Abwehr, Glück. MP. Ganz ehrlich? Das gönne ich, hat sie verdient. So ist hier sonst noch irgendwas. Ist das ein Bett-Lexikon? Scheint mir nichts. Ist da unten. Da unten ist eine Flasche. Die haben hier gesoffen. Ständig Bilder von hier. Was ist denn das überhaupt für ein Raum? Die Garderobe? Ganz, ganz weird. Okay, ich muss da rein, anscheinend. Und was ist hier? Let's look around! Nee, Mama, Mama, hier, Obergilf. Ciao, Bala, ciao. Bala, ciao, Bala, ciao, Bala, ciao, ciao, ciao. Ich sollte Rico vielleicht wieder zur Weißmagierin werden lassen, ne? Ja, doch, das ist schlauer. Ja, sollte ich tun. Was ist das denn? Okay, hier ist ein Abgrund, aber laut Karte geht's da irgendwie weiter. Okay, laut Karte. Hä? Einfach im Sprung. So, Rico, einmal bitte wieder zur Weißmagierin werden. Dankeschön. Beten für die Gesundheit. Nass. So. Huch! Was ist das denn? Sicherheitsschalter 2. Betätigen. Vorsicht, alle drei Schalter müssen betätigt werden. Ähm... Okay. Und das ist hier. Hoh! Hab ich... Mein Gott! Hab ich mich jetzt erschrocken. Alter. So. Jona greift an. Und Pain wird zu Itemschützen. Boom! Chakalaka! Äh... Was kann sie an Unikat Potion angehen? Oh. Ja, dauert halt alles ein bisschen länger, ne? Gut. Damit... Hier passiert nichts. Ähm... Damit ist Pain offiziell durch mit der... Schwarzwald-Malgi-Rolle. Margot, ne? Und... Riko soll ab und zu zu übersinnlichen werden. Und... Pain... Auch wenn ich gerne eine Schwarzwald-Magierin im Team hab. Analysiert Gegner und erlernt deren Text. Krieger, ne? Aber die hat sie halt auch perfektioniert, ne? Lass mich mal gucken, was... was Sinn machen würde. Abilities. Pain. Ja, die hat sie halt durch. Oh. Ihr Spezialkostüm. Okay, okay. Wille. Ähm... Übersinnliche Festbesucher-Diebin. Boah. Puh. Luna hat als Zweitrolle momentan Diva. Puh. Keine Ahnung. Ich würd sagen Zauberschütze. Durchblick. Da fängt sie halt auch bei Null an, ne? Quasi. Oder ich lasse Schwarzmagier erstmal drin, wenn es brenzlig wird, ne? Ja, ich glaube, ich lasse Schwarzmagierin erstmal drin, wenn es brenzlig wird. Ich halte das für vernünftig. Ja, doch. Doch, doch. So, also. Ja, ich bin. Ähm. High Potion erlernt. Nice! Das finde ich cool. So, hier war Schalter Nummer 2. Was ist hier? Schalter Nummer 3. Okay, es müssen alle drei betätigt werden. Tun wir das doch. Da oben, da oben, ich hab's genau gesehen. Da oben ist ein Gang. So, Riku, werd mal bitte zu übersinnlich. Einfach, um's mal gezeigt zu haben. Die sieht aus wie ein Schulmädchen. Okay, das ist schon cool. Okay, Angriff. Oh, lol. Cool. Stand da als Fähigkeit? Medium? Das muss ich mir, das muss ich mir genauer ansehen. So, da oben komm ich selbstverständlich nicht hin. Okay, okay. Ist dann hier jetzt erstmal... Hallo? Oh, die Encounter-Art ist echt nicht geil. Machen wir mal bitte Unikat. High Potion. Einfach nur, um mal uns gemacht zu haben. Auf die liebe Riku. Das dauert halt ganz schön lange, ne? Fügt allen Gegnern Schaden zu. Psychobombe. Nice. Geht das... Geht das schnell? Geht. Geht um ehrlich zu sein. Nice. Einfach illegale Heilung. Und das kostet nicht mal MP. Boah. Wie geil. Psychobombe ist... Ist gut. Ist halt aufgeteilter Schaden, aber ist gut. Und günstiger wie die Radsauber. Okay, die Radsauber machen aber auch ein bisschen mehr Damage. Ähm, okay, okay, okay. What we have here? Okay. Oh, a sphere! Hey, this isn't the sphere they stole, is it? Let's watch it. Let's see. Total survivors of the final Crimson Squad selection. Exercise. Zero. Zilch. And Zipball. Job done. Ah, you pinhead, did you even count? Look, there are bodies missing. There should be three more candidates and their recorder. Uh, your point. Three plus one makes how many? Four still live. Fix it. Wichtige Seite mehr halten. Purpur-Sphäroid Nummer 10. It's a dud. Only naughty girls would scrounge through other people's bedrooms. What about you? You're the ones who broke into our airship. The boss's orders are permission enough. Bring it! She's sure getting into this. She's trying. Jetzt gibt's Schläge! Gut. Ähm. Lass uns erst ihn hier beseitigen. Ähm. Äh, nee, nee. Lass mal. Normal. Don't surprise me! Ein russisches Obelett? Äh, hierbleiben! Geil. Oh, Kugelhagel dauert ganz schön. Okay, wait. Achso, ich wollte mich eigentlich anfangen zu halten. Aber gut, hat sich das auch erledigt. Aber gut, hat sich das auch erledigt. Okay. Okay. Freunde, um, sorry, but I have to cancel this now. Äh, warte mal. Wo muss ich denn hin? Äh, Kämpfe! Hilfe! Okay. Schnell. Okay. Ich bin das einfach. Wie alle drauf schießen. Ähm, nee. Ich, äh, muss tatsächlich jetzt die Folge beenden. Wir haben auch schon ein bisschen Überlänge. Aber auch nur ein bisschen. Ist okay. Ähm, deswegen. Wo ist, äh, da ist der Speicherpunkt. Hallo? So. Einmal bitte speichern. Und, äh, Freunde, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Ganz herzlich fürs Zuschauen. Und, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Bleibt dran. Ciao.